Irgendwie macht die gerade nicht wirklich viel. Na gut, ich muss eh wieder auf genesen und umschalten. Come on! Gut, jetzt habe ich es geschafft. Runder da. Runder da. Und wechseln. Da kann man einen Sturm drauf machen. Da starke Abwehr. Und da ein Laub. Come on! So! Äh! Nicht rumfliegen! Please! Äh! Das macht ein bisschen Damage. Gegen Licht. Ich habe nichts Licht. Kann ich ihn vielleicht mit Lichtpfeilen abschießen oder so? Ähm, wäre meine letzte Vermutung. Und du machst bitte eine Genesung. Important. Come on! Ja, sehr schön. Gleich wird wieder Deckrin hier. Oder auch nicht. Come on! Come on! Äh! No! Ach, damit. Keiner wurde übernommen diesmal. Okay, von mir aus? Gerne. Dann mache ich hier mal einen Sturm, einen Kraftschlag und einen Laub auf ihn. Bam! Und dann probieren wir mal was aus. Äh, ich habe hier Hexentöter. Äh, Lähmungspfeil. Bringt das irgendwas? Äh. Nö. Don't see any damage. Nope. That's useless. Okay, Sturm. Kraftschlag. Und Genesung. Los! So! Äh! Hallo? Come on! Bam, 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 bam! Könntest du bitte runterfliegen? Au! Ausgewichen. Und du auch? Very thank you, very thank you. So. Okay. Jetzt aber. Sturm. Starke Abwehr von mir aus. Aber geh bitte dahin. Und Laub. Bam. Alle heilen. Und. Hallo? Äh. Einmal einen Ausfall. Yay. Und einfach draufhauen. Ich glaube so langsam, ich kann ja echt nichts anders machen. Und sofort wieder umschalten auf Sturm. Kraftschlag. Und Genesung. Ich darf keinen mehr verlieren. Und irgendwie gelingt mir das auch gerade mal so. Komm mal her. Äh. So. Du bist mal runter. Very nice. Dann machen wir hier gleich mal einen Sturm auf dieselbe Stelle. Eine starke Abwehr. Und ein Laub auf das Monster. So. Bam. Und schön viel Damage machen. Wir können ja eh nichts anders tun. Um. Außer auf ihn draufschlagen. Also tun wir das mal. Äh. Und direkt wieder umschalten auf Sturm. Das bringt es nichts mehr. Das bringt es nichts mehr. Schade. Äh. Na gut. Kann trotzdem machen. Genesung. Und. Erinnert mich an Don Flamingo. Ja. 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 Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Very nice. Klappt ja zumindest diese Taktik. Dass ich nicht mehr sterbe. Äh. Okay. Sturm auf. Heel Cycle. Kraftschlag. Und Laub. Nein. Nein. Laub. So. So. Come on. Und gleich mal einen aufwirbeln. Weil das ja auch ein bisschen Damage macht. Ja. 407. Das bringt sogar mehr als Ausfallschlag. Ah. Okay. Problem ist. Ich da. Jetzt. Habe ich glaube ich schon wieder. Hm. Meine. Initiative verloren. Dadurch dass ich ein paar mal umgefallen bin. Muss ich jetzt warten. Ah. Doch. Passt noch. Gut. Gott sei Dank. Starke Abwehr. Und Genesung. So. Bisschen Stille. Genesung. Oh. What? Okay. Ah. What the fuck. Er verhält sich anders wie sonst. Ähm. Ich kann aber leider nichts tun gerade. Jetzt. Okay. Stop. Stop. Was tue ich hier? Wenn dann Sturm auf. Das hier. Starke Abwehr. Und Laub. Bam. Nice. Und dann kann ich. Nicht umfallen. Sail. Äh. Ich glaube das hat eben relativ viel Damage gemacht. Could be. Ähm. Kann ich ihn gleich nochmal angreifen? Nein. Leider nicht. Okay. Jetzt ist Dagren tot. I know. I know. Kann ich leider nicht tun. Solange ich meine Leistung noch nicht aufgeladen habe. Okay. Stille. Genesung. Bam. So. Komm her Dagren. No. Dagren ist tot. Äh. Geht leider nicht mehr. Das ist schlecht. Ich meine Dagren brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Aber wäre trotzdem nett gewesen in dem Kampf. Und der dauert viel zu lange der Kampf. Irgendwas mache ich komplett falsch. Gut. I know that. Und du machst bitte Laub auf den da. Bam. Come on. Au. So. Und noch einmal kurz eine Wirbelattacke. Was eben gar nichts tut. Aber hey. Äh. Come on. Leider. Kann das auch nicht. Oh. Hilfe. So viel Dungleid. Okay. Ja. Und wenn er dich jetzt kontrollieren würde. Wäre das Spiel aus. Übrigens. So. Naja. Er ist tot. Er ist garantiert nicht just fine oder so. Ähm. So. 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 Perfekt. Sturm auf den Heel Cycle. Laub auf das Monster. Bam. Perfekt. Au. Es dauert viel zu lange da wieder hoch zu kommen. Komm her. Äh. Jetzt. Ja. Das finde ich auch. Ja. heißt, wir machen das so. Wunder da. Oh, ich hätte, glaube ich, noch... Braucht gar nicht. Ja! 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 Komm on! Come on, Miranha! So! Jetzt aber! Heel Cycle! Laub. Bam. Bisschen Genesung hier. No. Shit. Das könnte knapp werden. So, jetzt aber kann ich hier gleich mal wirbeln. Ähm. Ich sagte, ich kann wirbeln. Und ich möchte ihm auch Damage tun, wenn ich das tue. Ähm. Macht leider kein Damage mehr. No. Okay. Hm. Me too, me too. Ich glaube, ich lasse das mal mit. Äh. So. Kommt das Monster wieder? Ja. Kommt wohl wieder. Äh. Kann ich das schon angreifen? Offenbar. Komm. Was tust du da? Mirania? Das ist ziemlich gefährlich, übrigens. Was du da tust. Au. No. Na ja, das war's. Das war sowieso nicht die die Art, wie man das Monster besiegen soll. Mal schauen, was Zwischenspeicherstand macht. Wenn es wirklich so ein langer Bosskampf sein sollte, dann dürfte es uns mittendrin, aber ich glaube, eher nicht. Nope. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns am Ende dieser Kreatur. Falls das überhaupt da fuckt. Das war eine sehr komische Taktik, die man da anwenden musste. Ich hab's jetzt daraus, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das richtig ist. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Außer Außer Warte, eine Sache könnte ich euch noch zeigen. Wir können natürlich Element Stern ist aber auch bei allem effektiv. Also wieso soll ich eine andere Waffe nehmen? Ich dachte mir gerade etwas mit Element Licht, aber why? Element Stern ist doch auch gegen alles effektiv oder so irgendwas. Hm. Dum, dum, dum. Nein. Okay, wir sehen uns am Ende dieser Kreatur. So, ich glaube, diesmal hab ich's. Wann ist der heftig, der Boss? Aber okay. Okay, ich sag da mal nichts. Er hat eine Taktik und das ist ein epischer Kampf, also will ich das mal hier durchgehen lassen. Nur das Stolper nervt ein bisschen, aber hey, das passt schon. Und Aua, dass man immer so zurückgedrängt wird. Ah, damit reicht leider nicht mehr. Es ist tatsächlich so, dass wenn Miranian noch ein Leben hat, wird er nur noch von Dekran bis jetzt ergreifen und das wiederum kann man verhindern, wenn man möchte. Und ich warte auch immer darauf, bis die Skelette wieder da sind. Denn mit einem gut platzierten Sturm kann ich immer ein Skelett schon mal wegmachen. Dann einen Kraftschlag mit ihm, aber das ist egal, er wird eh übernommen. Und eine Genesung mit ihr. Kann man. Und manchmal wird er auch nicht übernommen. Das ist dann ganz nett. Kleiner Bonus praktisch. Jetzt muss man halt immer warten, bis die Leiche sich wieder gefüllt hat. Aber man sollte nicht in der Nähe Miranian stehen, so wie ich das gerade getan habe. das ist schlecht. Sonst bringt man sie nur in Gefahr, wenn man den Fokus hat. So, schon ein bisschen Leben heilen. Bam. Wieso ich immer umgeworfen werden muss, ist mir zwar nicht ganz klar. Außerdem, jedes Skelett, was am Ende der Runde noch übrig bleibt und man nicht besiegt, wird von ihm eingenommen. Und ja, man bekommt ein kleines Problem. Er heilt sich nämlich da wirklich extrem weit wieder hoch. Och, leck. Leck, 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 leck. Da taucht einer auf. Ja, man kann hier in dieser Situation auch immer schön schauen, wo sind die Skelette, was plane ich als nächstes. Das passt dann schon. Wenn man schnell genug macht, so wie ich hier gerade, dann passt die ganze Sache schon dreimal und dann ist der Boss gar nicht so heftig. Tut mir leid, Leute. Ich bringe euch immer in Gefahr. Och, das ist nicht so gut. Dann heile ich euch halt wieder und ein Laub. Ja, aber der Fight ist wirklich so lang, also da brauche ich nichts rauszukratten. Das ist nun mal der Fight. Wenn man die ganze Sache im Griff hat, geht es da ein bisschen leichter, aber es ist immer noch alles andere als ein leichter Kampf. Aber wir haben es bald geschafft. Deswegen will ich mich da mal nicht beschweren. So, ein Sturm bitte auf den hier. Ein ist egal und ein Genesung. Immer Hey, Hunder da. Nicht gut. Komm. Sehr schön. Das ist wieder geschafft. Diesmal stehe ich nicht in der Nähe von Mirania. Diesmal habe ich auch genügend Leben. Genügend Leben. Oh. So, und gleich mal ein Sturm auf ihn. Egal. Kraftschlag und ein Laub. Das sollte ihm den Garaus machen. Komm. BÄM. 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 BÄM.